okay okay fangen wir an fangen wir dieses dlc an was wird uns erwarten müssen wir fliehen okay okay eins von jedem eins von jedem wird schon mal dass der subtrain rollt springen wir rein das war dahnwa hat struck the harvest again that year and the miller was desperate he came to me hat clutched tightly in filthy fingers stinking of sweat and manure seated comfortably in my observatory surrounded by telescopes and other delicate apparatus i recognized his misfortune as an ok aktuelle kills besiege alle flieh mit leeren händen das miasma des bauernhofs erhaltene heilung stress schaden ok der zentrale fixpunkt in einer sorgsam errichtigen barriere rund um den bauerhof durchbricht die barriere ok ich kann auch was einsetzen aber i don't know ok danke bist du vorwärts vogelscheuche 12 ok farmhelfer gott 12 lebe haben die alle hülse sind hülsen hülsenfrüchte ich will zurück in die stadt kann man die bluten lassen 20 prozent nach denen kann man nicht blut was ist das tarnung zwei runden kann nicht von angriffen getroffen werden die nur diesen platz als ziel haben ok aber wir können alle angreifen der blutet nicht aber die drei würden bluten sondern die frage bluten lassen wollen so viel bluten kann man wenn der nicht blutet vielleicht lieber einen einzelnen rausnehmen vielleicht lieber den einzelnen rausnehmen auch die fahrt laufen ja halt eine heilung und stress i know i know i know das haben wir gerade vorhin geguckt äh dann schauen wir mal fokussieren wir mal einen einfach tot wenn es geht denkst du da denkst du mir ich würde sagen wir buffen uns mal hoch mit dem horsti das ist ein dauerhafter buff was er jetzt bekommt mit schaden prezession feldfrüchte zu schmettern hahaha so leicht lässt sich horst ihn treffen hahaha das hat nice gibts den dreckskerl ähm gegen menschen und gegen gezeichnete ich weiß nicht was die da hinten machen ich weiß gar nicht ob die hauen können dann hau doch einfach mal auf den drauf den kannst du echt nicht hauen ich krieg den leute aus tarn und uns noch eine runde oh mein job ist dann hier ah die können auch unablässige arbeit au ok den könnte man stunden noch der hat noch nicht gezogen das sieht man hier unten das heißt wir können jetzt auf den einfach einen stun hauen und das blackout schön und jetzt kommt der dran und war gestunnt und macht erstmal nichts ok nächste runde jetzt hat zwei schaden jetzt machen wir eine aoe jetzt hat der braucht man mindestens einen schaden und eine blutung oder zwei schaden denkste komm ein schaden und eine blutung alles klar alles klar ja gespenchtische offenbarung grauen jetzt kürzer stress ähm dann fünf bis zehn der nimmt einen schaden sieben schaden sieben schaden sieben machst du damit eher mehr schaden ach das geht gar nicht nach hinten auch nicht sieben wir brauchen sieben schaden sieben wo ist die wo ist die einmal mit profis ähm ich würde sagen dit hat verpasst den mal einen kinnhaken oder kannst du oh die kannst du in die dritte reihe hauen oder ne ich weiß die kann ja nicht kann von hinten ran ziehen aber das bringt uns auch nichts ach kinnhaken ähm stun oh schiff der hat 60 prozent krank was hätten wir machen sollen vielleicht 1 1 geht aber was hat er was ist nix stress oh der setzt gift alles klar hättest du den karten mit den getarnten mit dem buff vom wegelager wäre der abgefuckt geworden echt der kann enttarnen oh das ist neu ich muss mir die sachen dann durchlesen oh oh shit äh könnten den stunnen oder osti ein bisschen heilen einmal osti ich habe das letzte dlc nicht gespielt mit dem schildbreaker weil das halt bloß eine klasse war was hat er gemacht tarnung und gehen enttarnung aha ja ich würde sagen wir machen einen schönen trippelschuss das macht gut wumms auf alle drei alles ok Horsti hau mal rein nice 15 schaden das ist sogar rekord ich muss doch meine heals für Diddy aufheben ach so äh 1 1 2 aber da kann ich bluten das ist schlecht nicht okay du müsstest zwei schaden auf dem machen kriegst du das hin denkst du meine zuschauer sind die besten ja den hundeknochen werde ich für etwas stärkeres aufhalten hoffe ich äh das sind alle Folgehaltern dann knall ihm das göttliche Licht rauf sing fast easy der Rest ist tot whatever ach im Schildweil kam auch neue monster cool dann habe ich ein paar neue sachen zu entdecken oh shit es geht weiter au ich muss den ganzen Balken auffüllen wow Vorarbeiter wie lange hält der hundeknochen an für kurze zeit war das bestimmt damn 26 leben Gegenschlag mag ich jetzt nicht einsetzen eigentlich ähm 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 aber die können ja bluten dann lassen wir doch da vorne einen ausbluten der Balken liegt hinter der Grafik nooo da oben war sonst nie was fuck egal ähm ihr seht den Balken grad nicht kann man ihn dann an ich kann ich kann warte mal ähm Moment kann man auch beides lesen besser besser könnte es noch heller machen aber dann wird es mit dem lesen wieder schön aber so sieht man es doch oder passt jetzt oder ok ähm ich glaube wir schlitzen den hier einfach ich kann ja die Grafik so einfach nach oben links schieben dann passt das mit dem rand nicht und so dann muss ich alles umdrehen das ich mach jetzt seit 10 Minuten die Grafik rum machen das kann ich off stream machen hau hin uff 10 nice und den blutung für 2 der ist tot der ist tot der ist tot der ist tot ähm ich würde sagen ich würde sagen das hat markiert den lieben Typen mal als nächsten he 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 seh die säule was war das seh die säule unablässige Arbeit au oh ok jetzt hat denkste gebeamt nice nice unbefugtes betreten verboten pfff wieso hast du den buff heilfähigkeiten für eine runde 25% hö 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 Gruppenheal nice ist tot ok ähm der will immer noch nicht dann ach der reicht nicht ganz aus dann hau ihn einfach tot der tat shit hau ihn tot oh 13 get rekt ähm ich will den halt echt nicht mit Rückschlag hauen fang mal bei dem an bam ähm wir könnten den anpfeifen 13 oh 13 war normaler Schlag ne jetzt gehen die normalen Treffer los äh ähm ähm stunden titty titty heilen nein du musst dann danach kannst du titty heilen shit nein jetzt ist er wow was ist das denn Ackerpferd aufgehetzt lasst du mal die gezeichnet an dir dran wir müssen dir jetzt da ein gezeichnet reindrücken das macht nämlich Bonusschaden auf gezeichnet so bam sechs hör mal auf so viel zu getrankt aua Horstie jetzt ist das gezeichnet wieder weg bis das hart drankommt das ist doch unglaublich shit ähm jetzt bräuchte aber Horstie den hier darfst gleich dir die heilen Horstie muss auf dem Boden tanzen das Pferd tanzt oh shit was macht das denn Tarnung oh super jetzt kann Dithard da nicht dick Schaden machen das ist doch bestimmt 4 bis 7 fuck it buff 6 bis 11 weh du machst bloß 6 Schaden weh weh denkst du arg das Pferd sieht saucool aus die ganzen Gegner sind geil aus was ist denn das schon wieder ach kommen da neue Gegner raus aus diesen Christomalen Analyse wow jetzt sollte ich das anschießen back to the pit back to the pit nice easy uuuh denkst du nice wir brauchen eine Gruppe hier wir brauchen eine Gruppe hier ähm können wir einen Kinn Haken geben komm Stunts schade ja wir brauchen eine Gruppe hier uuh 12 was Crit Rekord haben wir uuh 13 14 das war denkst du oder was mit dem Hund oder wer war das Crit wer hat den Crit gemacht 14 denkst du mit dem Hund oder da aber eh war 12 ne Horstie war es doch Horstie 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 hat ich hab grad ich war grad abgelenkt da geht so viel Action los da geht so viel Action los oh shit ist der Balken noch lang damn ich glaub wir müssen da einfach mal reinhauen obwohl du könntest du könntest es markieren in der Tat wei 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 Ding hat da noch Bonus drauf und dann könnte man da richtig reinhauen shit der hat Gegenschlag gekriegt aber der hat bloß 60% nach Schaden sieben zehn Ritter nach hinten nein unbefugtes Betreten verboten gut der peitscht da aus das ist ja schlimm okay bis acht ich glaub halt dass denkst du den alleine fertig bekommt aber geh mal sicher shit Horstie 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 jetzt kannst du glaub ich Diddy heilen wirst du bei dir einfach so OP aushalten weil ihr meine Zuschauer seid und ihr euch anstrengt und dann oh jetzt hat der in Stealth jetzt geht der scheißkerl in den Stealth ist so ein Mist fuck er hat Gegenschlag an den will ich noch hauen fucking Stealth ich will den nicht hauen ich will den nicht hauen das ist ihm bluten drei Schaden na also äh 20% Stun ok alles klar hau ihm den Kinderhaken rein na also so nix da ähm ach heil ja schön gestunnt damn der Kampf drei sch shit auf dem vorne nix machen shit schaden geschaufeln waren unnötig geht da halt wieder unsichtbar dann macht er wieder diesen riesen AOE der verblutet den können wir noch im Kinderhaken verpassen äh ok wir brauchen echt was gegen diese scheiß Tarnung wir brauchen eine AOE Heal nice wir müssen den AOE gleich wieder kontern die slow death unforeseen unforgiving shit kann da nicht zuhauen das ist zieh den her ok was gezeichnet oh du kannst den Zeichner mit dem herziehen oh shit das ist neu das ist neu dass du den zeichnen kannst ich muss mir die Skills durchlesen shit was bleibt zurück gut Meister vielen Dank dir für die Unterstützung oh komm bei den Couch shit au das Pferd mag dich die Pferde mögen dich auf dem Boden tanzen halblebe oh shit ok tschüss shit können wir nicht machen dann können wir auch vor ähm Anti-Gift und Stresslinderung wuuu nice äh Gruppenheilung nice du machst immer 3 Erheilung richtig gut so hart das waren es oh shit Moment mal absolut executed with impunity aua shit vorlaufen zurücklaufen ich traitor ist nervig Dauernd wollen sie Miss Black nach vorne holen die Pferde was wollen denn die von dir loot den oh hast du gesehen Cudi was hi shit aua Wow, 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 wow. Miss Black ist gestunnt und blutet. Ja, ja, Aoe, du kannst dich bloß direkt zielen. Du kannst gegnen, nur nicht, wenn sie direkt anvisierst. Aber im Aoe kannst du mit erwischen. das macht nach vorne ziehen ziel markieren ach das ist ja cool und das macht jetzt auch geschwindigkeit plus drei wenn du markierst aber zum beispiel jetzt kann ich halt nix machen weil der unsichtbar ist sozusagen das hat nicht ganz gereicht das war das fuck was machen denn die dahinten ich denke irgendwas böses ist das ich muss die her holen ja du wirst dich selber heilen das das ist auf jeden fall etwas was ich vor habe nice aber die bluten nicht du kriegst auch das da und darfst dich selber heilen gut explosives verdarben okay jetzt wissen wir was die teile machen holy shit wie viel müssen wir denn noch töten damn fuck nein horsti trifft mal shit können wir nicht abhauen fliehe mit leeren händen ich kann mit leeren händen fliehen das geht immer noch noch ist hier nichts rechts 1 jetzt hätte man guten hier braucht shit muss da irgendwie noch bewegen ja mit leeren händen sich zurückziehen ja natürlich seht halt rum nein nein oh god das muss ich da und selber heilen ja jetzt hat der ist markiert vernichte ihn wow was 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 level 1 ditter hat 31er fucking crit wie ist denn das gerade passiert oh shit alles kann nicht gruppen heilen du musst dich selber verteilen wir können nachgruppen machen Oh, ein normaler Treffer hab ich geändert. Upsa. Shit. Gott, was war denn das für ein Treffer? Jetzt weiß ich, wieso er so viel Geld dafür zahlt hat. Kekse meine ich. What the fuck? Wie ging denn der Treffer gerade? 1 Cent, der muss nochmal... Blutung... Ja, der ist tot. Okay. Schaden gegen gezeichnet. Nice, entstresst. Bestialischer Schrei. Ich glaub, wenn die Krypten kriegen sie noch einen Bonus. Charaktere waren verloren. Hast du nur da... 90% Schaden gegen gezeichnet. Ja, du machst 4 bis 8. Ja, und gegen gezeichnet 8 doppelt. Äh, gezeichnet 8 doppelt. Und nicht ganz 15 und dann Crit. Holy shit, das war, glaub ich, das Maximale, was du hauen konntest. Holy shit. Ist es Ruhe hier? Nein. Luppenheal. Aber du hast Kritisch gehalten? Ne, oh shit. Shit. Ah, Krit gibt auch keine Leiche, das ist sehr schön. 2er Crit hier, ja. Ist er fast wie ein Okkultist. Ähm... Ne. Dithard hat noch gegen gezeichnet, dem mehr Schaden machen. Markiere einen. Markiere einen, denkste. Dithard, vernichte ihn. Nein. Vernichte ihn. Verliteriert. Holy shit. Einfach nur vernichtet. Äh, mehr Gruppen hier. Damn. Okay. Okay. Oh shit, wird das Teil. Mehr Gruppen hier. Schön. Das Teil da wegmachen. Nice. Halt dich auch um 2, der Crit. Das ist auch neu. Denkste kann er nicht mehr so viel machen davon, ey. Rutung. Easy. Alle festgestellt haben. Wow. Aber wie viele denn noch? Hunde Knochen. Gewinn. Blutung. Nice. Vernichte sie. Mit Level 0. Vernichte ihn. Oh shit, das war zu wenig. Shit, das war 2 zu wenig. Das war 2 zu wenig. Das war 2 zu wenig. Oh. Oh, 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 oh. Denkste. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das geht. Das geht. Der Heilwurf gibt es glaube ich, wenn du was krittest mit dem Schaden machen. Deswegen lohnt es sich zu damagen. Nein, du musst dir die heilen. Äh, nee, Horst die heilen. Denkste heilen. Gott, ich könnte ganz weinander. Äh. Shit. Oder du stunst den. Wenn der Stunnen funktioniert. Du hast nur Crit Chance. Acht auf den kannst du gar nicht stunnen. Okay, nee, dann heilen. Nice. 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 Äh, warte mal. Der nimmt einen Schaden. Äh. Denkste wird hier AOE machen. Lass den ranholen lieber. Okay. Shit, jetzt kann ich auf den immer schießen. Na toll. Äh. Dann können wir uns da endlich mal vorbewegen. Und jetzt mach dann... Oh, du machst das auch in AOE hier. Schön. Kannst denk... Nein! Wieso kommst du denn danach dran? Arbeitspause. Oh, der heilt sich. Nice. Nice, 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 nice. Au. Sag mal. Hammer. Warte doch. Ich hab doch schon. Wie viele sind's denn noch? Holy shit. Horstie. So macht man AOE Schaden. So macht man AOE Schaden. Na, warte dann der... Wow! Das waren genügend. Der Balken war voll. Easy. Ja, das war ein genügend Kills. Dann war der bei...